hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren park bewerbung auf unserem kanal ich finde das total fantastisch dass wir jedes mal irgendwelche park bewerbung dazu bekommen und wir freuen uns sehr darüber dass wir eure parks anzeigen können und wir nicht doof suchen müssen bei steam so mit den zeigten den zeigten den zeigen klar mit den ein oder anderen park auch bei uns hinterlegt den wir gerne zeigen würden aber als allererstes seid ihr dran und das habt ihr euch auch verdient weil das was ihr uns da als park bewerbung schickt ist ja der wahnsinn also überhaupt der verrückte dinge wie jetzt hier im hintergrund gleich auch zu sehen das ding hier heißt adventure of the klein bottle witzig was hier so zu finden gibt es ist ganz ganz komisches ding dazu gibt es auch ein kleines video das sind blueprints gewesen ich hoffe ich habe das alles soweit richtig gemacht ich habe das so ein bisschen überlappt ich habe jetzt hier keine wege oder sonstiges rein gemacht da hatte ich tatsächlich muss ich wirklich sagen keine lust drauf wir fahren dennoch sind zwei achterbahn typen leider nicht meine lieblings achterbahn typen muss ich noch mal dazu sagen ich bin gespannt aber ich würde sagen als allererstes würde ich sagen ich bin euer bluefeuer aka dns und mats ab da Es gehören endlich dahin gewisse unberandete Doppelflächen. Man kann sich von demselben ein Bild machen, in dem man etwa ein Stück eines Couch-Schlaufes umstülpt und nun so sich selbst durchdringen lässt, dass bei Zusammenwegung der Enden die Außenseite mit der Innenseite zusammenkommt. Man kann sich von der Klein-Bottel beschreiben. Es ist eine unorientable, zwei-dimensionale Manifold. Es gibt keine Außenseite oder Außenseite. Es kann sich in der Euclidean durch die Space mit einer self-intersection. Ja, das war das Video dazu. Ich bin mal gespannt, ob ihr da irgendwas rausgefunden habt. Die Tonqualität ist jetzt ein bisschen mies, würde ich sagen. Aber trotzdem finde ich es cool, dass er hier diese in sich verdrehende Flasche hier nachgebaut hat in ein komplettes, ja wie soll ich sagen, Mosaik. Der hat aber auch eine kleine Videobeschreibung, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Und zwar muss ich diese, ja ich bin total unvorbereitet gerade hier bei dieser Parktour, es tut mir wirklich sehr leid. Das war jetzt hier gerade auf die Schnelle, weil ich gerade Zeit gefunden habe. So, und zwar es heißt, begib dich auf eine aufregende Reise im Inneren der Little Bottle, also kleine Flasche, einer Form, die keine Grenzen kennt, weder innen noch außen. Wähle einen der beiden Züge, die in entgegengesetzte Richtungen fahren. Der eine fährt zuerst in die Struktur hinein, der andere um sie herum. Und dann entdeckst du, dass sie sich beide im Inneren treffen. Die Magie der Mathematik. Lernen sie die Wunder dieser mathematischen Figur kennen und machen sie sich bereit für den Start. Ein verrücktes Abenteuer rund um die kleinen Bottle, innerhalb und außerhalb. Viel Spaß. Bedingen sie einen Film, den sie hier auf diesem Laufwerk erhalten können. Ja genau, den Trailer dazu, den kleinen Trailer haben wir ja gesehen. Habe ich euch gezeigt. Gut, dann wird nur noch erklärt, wie jetzt hier man wo was findet. Aber das haben wir ja gemacht. Und ja, ich würde sagen, wir starten das Ganze hier. Und fangen jetzt gleich auch direkt an. Hier mal das Ganze zu fahren. Also so sieht das ganze Ding hier aus. Jetzt ist hier die Kamera so ein bisschen doof. Das soll diese Flasche sein, die so in sich fällt. Fliegen wir hier so ein bisschen rum. Hat hier natürlich außenrum ganz schön viele Sachen gebaut und so. Aber ja, es wäre schöner gewesen, wenn es jetzt von dir ein Park wäre, den du einfach hochgeladen hättest, anstatt hier die Blueprints. Dann hättest du das so machen können, wie du das für richtig hältst. Aber ich habe das hier tatsächlich überlappt, weil hier steht overlap me. Das habe ich gemacht. Das sind zwei Teile. Und ja, das ist die Flasche. Wir werden mal beides auf null setzen und dann auf Pause drücken, weil es soll ja wohl irgendwo in der Mitte sich getroffen werden. Ein bisschen mal so machen, weil ich habe entdeckt, dass das bei mir manchmal hier so zu einem Fehler kommt. Und ich muss aber Pause. Und wir machen das beide auf. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal hier die gelbe. Aber wir können auch gerne mal kurz nochmal hier reinschauen. Und hier sind noch so ein paar Objekte abgebildet. Und hier fährt man dann halt rum. Und hier wäre dann der Eingang. Aber das habe ich jetzt alles nicht gemacht, weil ich nicht so ganz klar. Der hat mir hier die Wiege angezeigt. Tatsächlich. Aber ja, ich wusste nicht so ganz, ob das so richtig ist oder nicht. Nichtsdestotrotz fahren wir jetzt hier die Achterbahn. Und es sind zwei Stück. Diese fahren wir jetzt. Und dann sind wir auch schon fertig. Ich hasse diese Achterbahntypen. Es gab jetzt keinen Soundtrack. Ich habe tatsächlich Musik mit eingebaut. Das gehört jetzt nicht dazu. Ich habe Sci-Fi Musik ausgewählt. Zwei verschiedene. Glaube ich. Ach, soll jetzt hier das Video kommen? Ja. Ich kann es nicht hochladen. Aber dann ist wahrscheinlich... Dann kommt hier wahrscheinlich das Video, was ich euch ganz am Anfang gezeigt habe. Das würde dann hier aufploppen. Aber ich kriege die Videos nicht rein. Ich weiß nicht, ich weiß nicht warum. Ich kriege sie nicht rein. Ja, wir spielen mal ein bisschen vor. Dann dürfte es ja gleich weiter gehen. Dupdi 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 Dup. Oh, ganz schön lang. Geht das Video so lang? So. Und dann fahren wir hier gemütlich wieder aus der Halle raus. Und dann geht es los. Geht es los! Bisschen verrückt, finde ich das Ganze tatsächlich. Oh. Aua. Gut. Dann machen wir hier wieder Pause. Also ich mag die Idee, finde ich wirklich sehr, sehr cool. Aber die Fahrt war ja halt, ne? War halt, wie sie ist, ne? Das muss man leider so sagen. Aber die Idee ist wirklich sehr, sehr cool. Mag ich sehr. Mich hätte es natürlich mehr gefreut, wenn du dir die Mühe gegeben hättest und hättest das Ganze so außenrum als Park hochgeladen. Anstatt Blueprints. Vielleicht machst du dir das, nimmst du dir das zu Herzen und machst es vielleicht mal. Dass du dir den kompletten Park mal so baust, wie du es dir gerne wünschst oder wie er auszusehen hat. Fände ich cool. Soll auch nur so als Tipp sein. Musst du nicht. Aber wäre jetzt hier in dem Fall natürlich besser gewesen. Finde ich jetzt persönlich. Mir fallen jetzt auf jeden Fall die andere Strecke mit und schauen mal, wie die so fährt. Gut, das Ganze kennen wir ja hier quasi. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich wieder das Video. Das spüren wir vor. Das ist echt doof, ne? Ich verstehe es nicht. Ich habe es schon beim Subnautic Exploration, habe ich schon gesagt, hoffentlich wird sich das bei Planko 2 ändern und ja. Was ich beim letzten Video gar nicht erwähnt habe. Ich habe es mir schon lange vorbestellt, ne? Als der Release kam, Planko 2, falls ihr es nicht wisst, habe ich es schon vorbestellt. Aber ich denke mal, ihr wisst das schon. Ich habe es gar nicht mehr aufschirmt. Ich hoffe, diese Parktour kommt nicht so spät raus. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt sonntags bringe. Vielleicht bringe ich die mal so in der Woche. Weil so eine wirkliche Parktour ist das ja jetzt hier auch nicht. Das ist ja mehr so eine Achterbahn. Was uns jetzt aber auch nicht stört. Also das zeigen wir auch. Also wie jetzt hier die Parkbewerbung von Biotastic oder von Benutzern haben wir aber auch nur eine Achterbahn. Aber halt alles schön gemacht. Was hier auch gut gemacht worden ist. Das ist auch schön gemacht. Gar keine Frage. So, auf jeden Fall super viel Arbeit gewesen hier. Die ganze Konstruktion. Zu machen. Jetzt gleich kommen die zweite Achterbahn. Dann treffen die sich wieder. In der Mitte. Wenn ich sie nicht ausgestattet habe. Auf Ausgestattet. Das ist ja Sinn hier zur Fahrt. Ich glaube, ich habe sie auf Stopp gemacht. Aber egal. Das ist jetzt nicht so übertraglich. Vom Verlauf her fand ich die Fahrt jetzt tatsächlich besser. Muss ich sagen. Und die andere war eher so, ja. Also grundsätzlich, klar. Ich glaube nicht, dass es irgendwann mal so eine Achterbahn gibt, die so fährt. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, mal sowas gesehen zu haben. Also hier hat sich einer wirklich Gedanken gemacht. Und hat sich wirklich gedacht, ich baue das jetzt nach. Da baue ich eine Achterbahn rein. Und dann hat er hier noch so ein Lift, so ein, so ein, so ein, so ein, ähm, ja, Skilift hochgebaut. Und dann hat er sich bestimmt gedacht, hier so eine Plattform zu machen. Mit ein paar Shops. Wäre doch cool, oder? Kann man sich hier so hinstellen. Kann man hier so schön seinen Hamburger snacken. Und dann kann man sich hier hinten drinnen die ganze Fahrt angucken. Ach, ist schon, ist schon ein Bollwerk, gell. Schon Wahnsinn. Schön, schön. Ja. Sowas zeigen wir auch. Ja. Viel gibt es ja nicht mehr zu sagen. Eigentlich bin ich fertig. Ja, die Pacto ist vorbei. Und, äh, waren zwei Achterbahnen. Die sind wir beide gefahren. Äh, tolles Konstrukt. Ähm, sehr viel Arbeit. Kann ich mir danach sehr gut vorstellen, dass das viel Arbeit war. Diese Flasche tatsächlich so ein bisschen hinzubekommen. Wie kann ich, was ich aber noch mal an kann, ist von oben mal zu gucken. So sieht das ganze Konstrukt von oben aus. Also man sieht hier den Flaschenhals, ne, wie der dann in die Flasche so reinläuft. Und hier dann wieder raus und dann wieder in die große Flasche zurück. Also es ist schon, schon sehr viel Technik dabei, das so zu konstruieren. Also, schon, schon schön. Oh ja, ist auch ein schöner Bild, ne, mit der Sonne, mit dem Sonnenuntergang im Hintergrund. Sehr, sehr schön. Ja, das soll es von mir, von uns gewesen sein. Ähm, es war jetzt keine klassische Pacto, deswegen weiß ich nicht, ob dieser jetzt Sonntag oder halt in der Woche irgendwann mal kommt. Und ich vermute eher mal so in der Woche so, weil man jetzt, oh, 13 Minuten ist jetzt auch nicht, äh, oder haben wir jetzt auf der Uhr, ist jetzt auch nicht gerade die, äh, super Pacto-Zeit. Also, aber es, es, äh, freut mich dennoch, dass du uns diesen Park geschickt hast. Und, äh, wenn ihr auch nur eine Achterbahn habt oder so, die auch so ein bisschen, äh, schick ist, wir zeigen dir auch, ja. Also, keine Scheu haben, ruhig den Park hochladen, gerne bei uns in den Discord reinkommen und unter der Parkbewerbung euren Park reinbewerben. Äh, ob Planko 2, Planko 1, vollkommen egal. Wir zeigen alle, äh, Parks, äh, die wir bekommen und, ähm, ja, dennoch, wenn euch dies gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und, äh, vergesst den Abo-Button nicht, das würde uns auch sehr freuen, wenn ihr das nicht vergisst. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.